Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen Freitag, der 8.9.2017. Die Geek Talk Daily hört ihr aktuell in der Folge 199, kurz vor dem nächsten grossen Sprung, der den Achim dann in der nächsten Woche für euch hat. Beginnen wir bei den Themen Twitter Night Mode, Logitech Circle 2, Alexa, Google & HTC, Nova Launcher, James Bond. Das sind die wenigen Themen, die ich heute für euch zusammengekratzt habe. Aber passt ja auch so, kurz vor dem Wochenende kann man das Ganze auch mal ein bisschen ruhiger angehen. Der Night Mode, den viele Android- und iOS-Nutzer von der Twitter-App her kennen, den gibt es nächstens auch auf dem Desktop. Wer das Ganze mag, soll es installieren, soll es aktivieren, besser gesagt. Alle anderen, ja, die können weitermachen wie gewohnt. Logitech Circle 2, das lustige kleine IP-Kamera-Teilchen, durfte ich ja vor einigen Wochen einem Logitech-Event hier in Zürich anschauen und ein bisschen damit rumspielen. Das Ganze hat sich ein bisschen verzögert, weil ja ein paar Geschichten um die Integration vom HomeKit waren. Und das hat sich jetzt erübrigt, sprich, das Update wurde eingespielt und jetzt sollten dann auch die ganzen Kameras in den Verkauf kommen. Ich hoffe, dass auch bald mein Device kommt, dass ich das Ganze austesten, wo ich dann natürlich auf dem Pockips.ca-Blog einen Testbericht liefern kann. Dann, Alexa spielt nicht nur einzelne Musikstücke und Dinge ab, die ihr euch gerade zu Gemüte führen möchtet. Ihr könnt euch das Ganze auch der Stimmung anpassen. Also quasi ihr könnt euch wünschen, dass es gemütliche Musik spielt etc. Und da geht unter anderem auch Kuschelmusik etc. Das Angebot wird da natürlich stetig ausgebaut seitens Amazon. Google steht nahe vor der Übernahme, sofern man den Gerüchten glauben, schenken mag, von HTC. Das Gerücht gab es ja schon ein paar Mal. Dann hat Google Motorola übernommen und das Ganze dann auch wieder verkauft. Das war ein ziemlicher Einfall. Gut, bis auf die Patente, die sie dann ziemlich wirksam gegen Apple einsetzen konnten und vor allem auch gegen Microsoft. Aber ja, mal schauen, was sie mit dem machen. Bei HTC soll es nicht die komplette Firma sein, sondern nur die Smartphone-Geschichte als Vive, die VR-Brille etc. Das soll weiterhin bestehen bleiben. Mal schauen, was darin ist und was vor allem daraus wird. Wenn wir gerade bei Android sind. Lounger sind ja ein grosses Ding da, für diejenigen, die es nutzen möchten und das Gerät individualisieren möchten. Eine Möglichkeit davon ist der Nova-Lounger. Der hat jetzt ein Update auf 5.4.1 bekommen. Ein paar Kleinigkeiten sind da mit drin und auch ein paar grössere Geschichten. Wer sich genauer interessiert, ein Artikel auf daily.kinktok.ca ist natürlich verlinkt. Ein Gerücht, das in den letzten 2-3 Tagen ziemlich hartnäckig herumfleucht, ist, dass Apple und Amazon sich mit Sony bekämpfen. Denn bei James Bond laufen die Verträge mit Sony aus. Der hat ja immer so Watches und vor allem Smartphones, besser gesagt, Tablets aus dem Hause Sony in den Fingern und kommuniziert über diese. Und da soll eben Apple unter anderem und Amazon grosses, grosses Interesse haben. Denn das ist natürlich eine sehr, sehr schöne und prestigeträchtige Werbefläche. Mal schauen, wer das Ganze kriegt schlussendlich und ja, wann der nächste Bond kommt in die Richtung. Das war's auch schon wieder von meinen oder meiner Woche. Bis auf den Tag, wo der Jan mich, wie sagt man, vertreten hat, habe ich die Woche durch. Ich werde die nächsten 2 Wochen meine Stimme und vor allem auch meinen ganzen Körper fleißig wieder schonen und komme dann wieder zurück. Und wer mag, auf dem Geek Talk, im Großen unserer Mutter-Podcast, gibt es ja auch wieder Folgen. Nächste Woche ist die nächste angeplant. In diesem Sinne, reinhören, runterladen, rumkehrt, runterladen, reinhören, kommentieren, bewerten, was ihr mögt. Natürlich auch hier beim Daily Format. In diesem Sinne, euer Poughkeepsie, habt einen schönen Tag und anschließend ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.